Eine Art Monster. Nein, das ist kein Monster. Das ist ein Mann mit Schulterpolster. Es gibt nur einen Schurken, dessen Modegeschmack so veraltet ist. Enno! Balthasar Brett. Ich will alle Agenten vor Ort, unverzüglich. Agenten Grossi sind sofort da. Ja. Warte, was? Wie hast du uns genannt? Grossi, du weißt schon, Gro und Lucy zusammen gemixt. Grossi. Finde ich gut, wenn auch nicht sehr. Finde ich gar nicht gut. Er entkommt. Das glaubt aber auch nur er. Mach dich bereit. Bereitmachend? Hallo, Goo. Was sagst du jetzt? Was? Mädchen. Tanzduell. Oh! Oh! Das ist das! Oh! Da kommt schon nach! Oh! Das ist noch nicht vorbei! Oh! 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 Happy birthday to you! Happy birthday, Liberton! Happy birthday to you! Was denn da ist denn? Who's bad? Illumination! Wie konnten sie es zulassen, dass bald unser Brett entkommt? Dafür fliegt sie raus! Mit dem kann man ganz doll kuscheln. Agnes, was machst du da? Naja, du hast doch keinen Job mehr und da wollte ich dir helfen. Oh. Verzeihen Sie bitte. Hey, könnten Sie kurz? Oh, aber natürlich. Gut, wie ich soeben sagen wollte, hat... Auf Wiedersehen! Oh nein! Au, au. Ernsthaft. Au, ich muss mich wirklich ganz dringend mit Ihnen unterhalten im Auftrag Ihres Zwillingsbruders. True. Was? Zwillingsbruder? Zwillingsbruder? Bin Bruder? Ich lerne meinen Bruder kennen, ich kann's kaum erwarten. Bruder! Oh. What the difference between me? Ach, ist der nicht einfach zum Liebhaben? Seht ihn euch an. Oh, aber mit Haaren wärst du noch besser. Ha, 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 ha. Noch, noch, noch. Ah, seht euch mal sein Gesicht an. Oh, der ist so wütend. Und du bist eine wunderschöne Frau. Wunderschön? Ha, 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 aufhören. Ich habe mehr. Deine Villa ist der Wahnsinn. Ist ganz nett, denke ich. Geht schon. Ich mach mir nicht so viel aus Dingen. Oh, seien wir ehrlich, Gruders Schurkentum liegt dir im Blut. Se Grug und Bubz. Bist du bereit, die Familientradition fortzuführen mit mir? Nein, dieses Leben habe ich hinter mir. Und nur ein Ding. Gehen wir rein. Fuck. Ich werde aufgeschmissen. Nix passiert. Was the difference between me and you? Nein, nein, nein. Das heißt auf gar keinen Fall, dass wir wieder schurken werden. Luca. Bueno? Ja, ja. Pinyuf. Ah. Bueno? Ja. Pinyuf. Ah. Bueno? Ja. Pinyuf. Ah. No, le Pinyuf. Ja, ja. Ja, ja. Kurz nach der Geburt von dir und deinem Bruder. Haben dein Vater und ich uns scheiden lassen. Wir haben jeder einen Sohn behalten. Wie man sieht, bekam ich nur die zweite Wahl. Ich habe einen Zwillingsbruder. Zwillingsbruder? Zwillingsbruder? Ich bin der Schatz. Mein Bruder. Oh, endlich lerne ich dich kennen. Ist ja gut. Zum Todlachen wie Unwohl du dich fühlst. Und? Wie läuft's bei dir karrieremäßig? Hervorragend. Sie haben den meistgesuchten Schurken einfach entkommen lassen. Sie sind gefeuert. So hervorragend. Ich rauch so richtig rein. Ich habe dich hergeholt, um das Familiengeschäft weiterzuführen. Du bist Schurke mit Leib und Seele. Ich habe dieses Leben hinter mir. Ich verstehe. Hm, wozu ist das wohl gut? Oh, oh, oh. Ach du, meiner Güte. Komm schon, wird wieder ein Schurke. Ziemlich nette Sache, das. Und, was habt ihr heute so gemacht? Ja, irgendeinen Blinden gibt's nicht mehr. Gar nichts. Auf Wiedersehen. Hallo, Gru. Was sagst du jetzt? Oh, Kinder. Eindringlinge, Hände hoch! Wir warten schon unheimlich lange. Dürfen wir... Oh, läuft, läuft! Sieh nur, ein Einhornhorn! Einmal habe ich eins gesehen. Und war es flauschig? Es war so flauschig, dass ich dachte, ich werde wahnsinnig. So, so, seid ihr zwei jetzt etwa schockt? Ich meine, hallo, mein Schatzje. Oh, oh. Fall away.